Du bist bis auf Weiteres vom Unterricht verwiesen. Es muss heißen, des Unterrichts verwiesen. Vorsicht! Vom Unterricht suspendiert wäre auch korrekt. Ich bin Jan Bönermann. Oh Gott, das Anzug, Kind. Was sehen Sie auf diesem Bild? Penis. Ein Penis. Es ist ein Penis. Endlich ins große ZDF. Wie hilft mir das denn, eine Show im Hauptprogramm zu bekommen, wenn ich Ihnen hier von meiner Schulzeit erzähle? Wer eine Persönlichkeit im ZDF-Hauptprogramm werden will, der braucht eine lupenreine Persönlichkeit. Ich war ein Maniac. Ich bin ja vom Typ her eher so einer, der sich auch nicht wegduckt, wenn es mal ein bisschen ungemütlich wird. Ey, Bömi, gib mal Ball, ne? Nächste Woche gibt es in der Kantine übrigens Bönen im Speckmantel. Oder wie die CDU sagt, Helmut Kohl. Das haben Sie alles improvisiert? Ja. Na gut, vielleicht war es nicht ganz so... Eine Aubergine. Nein, Sylt. Obwohl, nee, doch eine Aubergine eher. Nein, die Umrisse von Sylt. Nein, das war es nicht ganz so... Nein, das war es nicht ganz so...